Alles Gute zum Geburtstag, Karl. Danke, Franz, danke. Danke, Franz, danke. Ich habe 2020 im Rahmen der Pandemie, genau an meinem Geburtstag, das war der 22. März, unsere erste Sendung Fotokaffee gestartet. Wir wussten natürlich nicht, was auf uns zukommt und ich habe damals den Oliver gefragt, ob er mitmacht und er hat sich sofort bereit erklärt. Oliver, was war so dein erster Gedanke, wie gesagt, wir machen jetzt ein virtuelles Online-Kaffee? Ja, also ich bin auch ein bisschen überwältigt, dass wir das jetzt pausenlos seit zwei Jahren durchziehen. Ja, ich kann mich noch genau erinnern, Karl, die Pandemie hat zugeschlagen, der allgemeine Schock war in Österreich vorhanden und wir haben dann länger telefoniert und dann haben wir gesagt, na, wir gehen einfach live. Und mir ist dann spontan so dieser Titel eingefallen, Fotokaffee. Und eine Woche später haben wir es durchgezogen und das macht man bis heute. Ja, gratuliere Fotokaffee, gratuliere Karl zum Geburtstag. Ja, danke. Also eben muss ich ja ehrlich sagen, also live das zu machen vor Publikum hat natürlich eine komplette andere Qualität, dass ich mir sage, das ist wirklich so, so toll, also das werden wir jetzt öfters machen. Und ich war natürlich auch, keiner wusste, was auf uns zukommt. Und ehrlich gesagt, war ich für online überhaupt nicht zu haben. Ich habe mir gedacht, okay, online, das brauchen wir nicht wirklich. Und wir haben es aber dann in der Anfangszeit geschafft, bis Juni wöchentlich zu senden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gegangen ist. Das war der absolute Horror jede Woche. Aber Oliver, wie ist dir dabei gegangen? Ja, gut, dass du das erwähnst, Karl. Also zum einen sage ich, es tut mir leid, dass ich heute nicht live in Wien dabei bin. Ich habe leider Fotoaufträge in Karlsruhe und deswegen sende ich da jetzt aus dem Hotel. Ja, also die Pandemie für mich persönlich an sich hat nur aus Arbeit bestanden. Weil auf der einen Seite diese wöchentliche Vorbereitung von dem Fotokaffee, also man muss echt viel vorbereiten. Wir wollten hochwertige Vorträge bringen und da recherchiert man zuerst, dann baut man mal die Folien zusammen und dann sendet man am Sonntag. Aber gleichzeitig, Karl, haben wir ja noch unser Kursprogramm online angeboten. Also das heißt, ich habe mich in dieser Woche dann noch auf zwei Photoshop-Kurse vorbereitet, die ich dann online halte. Also da sind die Wochen bei mir nur so verflogen. Ja, mir ist es genauso gegangen und irgendwie war das dann eine super Ablenkung und ich habe mir jetzt ein bisschen eine Statistik zurechtgelegt. Wir haben 46 Sendungen gemacht, 4.100 Minuten Sendezeit. Wir haben mehr als tausend Zuseher gehabt, interessante Gäste von Mohamed Al-Zabadi, der Thomas Höhne, Marc Graf und Christine Sohn-Villa. Also wirklich sehr, sehr hochkarätig, viele Fotografen aus der Community. Und das ist eigentlich auch so unser Ziel für die Zukunft, das noch mehr zu fördern. Der Andreas Wendinger lässt sich übrigens entschuldigen. Der ist mir mal sehr eingespannt, wie ihr euch vorstellen könnt. Und wir haben eine tolle Community aufgebaut und wir leben natürlich auch von euch. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns hier immer wieder Fotos schickt und uns einfach da auch unterstützt, indem ihr live dabei seid. Es hat sich dann auch sonst noch einiges getan. Es war so ein bisschen das Problem, Online-Fotokurse. Es war für mich eigentlich ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, das werden wir nicht wirklich brauchen. Und ich dachte, dass der Kelch an mir vorüber geht, muss ich ehrlich sagen. Es hat aber dann natürlich die Pandemie länger gedauert, es hat einen zweiten Durchgang gegeben. Und dann ist der Entschluss gereift, einen Online-Fotokurs zu produzieren. Wir sind jetzt kurz vor der Fertigstellung, der geht auch demnächst online. Und ich werde euch einmal ganz meinen Bildschirm freigeben und euch da ein bisschen was zeigen, was es sozusagen, was die Idee ist und wie das funktionieren wird. Das Thema ist besser fotografieren, wie könnte es einfach anders sein. Und dieser Kurs widmet sich an Foto-Einsteiger. Zum Format. Besser fotografieren ist eine Kombination zwischen Online-Kurs und Live-Coaching. Das heißt, es gibt 18 Videos aktuell. Und diese Videos sind sehr detailliert. Es wird dort quasi beschrieben. Wir haben den Einsteiger-Kurs digitalisiert. Und was vielleicht das Interessante ist, der Kurs wird drei bis vier Mal pro Jahr gestartet. Das heißt, jetzt gibt es die Möglichkeit, zwischen 29. März und 3. April den Kurs zu buchen. Dann ist er geschlossen. Dann läuft er quasi los. Und im Mai startet der nächste. Es gibt zwischenzeitlich auch Live-Coachings, circa alle zwei Wochen. Aber wenn auch jemand später einsteigt, kann er diesen Live-Coachings natürlich teilnehmen. Und es sind E-Books dabei, also die sehr hochwertig gestaltet sind. Es gibt eine Facebook-Gruppe. Es gibt ein Zertifikat zum Abschluss. Diese Kursinhalte haben quasi kein Ablaufdatum. Und die Updates sind kostenfrei. Die Zielgruppe, wie gesagt, sind Einsteiger. Also die Zuseher vom Fotokaffee wird es eher nicht betreffen. Aber es war natürlich auch ein Wahnsinnsaufwand. Ich habe dann eine Internetplattform suchen müssen, wo ich sozusagen diese ganzen Inhalte einpflegen konnte. Habe ich auch gefunden. Wir haben die Videos produziert, das ganze Online-Marketing, das dahinter steht. Also es war wirklich ein riesiger Prozess. Und ich habe 20.000 Euro budgetiert für die ganze Geschichte. Haben einen Teil jetzt auch refinanziert über Förderungen. Und ich habe das jetzt einmal kurz nachkalkuliert. Und es sind einfach so viele Dinge an verschiedenen Ecken und Enden. Aber ich denke, das ist eine wichtige Investition in die Zukunft. Und das ist ja natürlich nicht das Ende, sondern das ist erst der Anfang. Wir sind jetzt geplant, einfach mehr zu machen in Zukunft. Das wird es sicher noch mehrere Teile geben. Und dann auch einmal für euch, die fortgeschritten sind. Das heißt, da werden wir jetzt so richtig auch reinsteigen. Und ich möchte zum Beispiel jetzt einmal ein Beispiel zeigen. Wir haben natürlich ein bisschen reißerische Titel gewählt. Das dynamische Selfie. Wie funktioniert diese Sarah? Hat sich quasi hier im Kreis gedreht. Hat die Kamera in der Hand gehabt, in Weitwinkelstellung. Und hat damit ein Vierzigstel einfach mehrere Bilder hintereinander gemacht. Das heißt, der Schlüssel ist hier die Verschlusszeit. Eine Vierzigstel Sekunde oder länger belichten, damit der Hintergrund verwischt. Der Autofokus steht auf Autofokus, Servo oder Continuous. Alle Fokusfelder und Serienbild. Und so sind quasi diese ganzen Module aufgezeichnet. Und ihr seht jetzt eine absolute Primäre. Es hat noch niemand Ausschnitte gesehen. Und ich zeige euch jetzt einmal das Kapitel Verschlusszeit, dass ihr mal seht, wie so ein Online-Fotokurs funktioniert. Die Verschlusszeit ist einer der drei Parameter vom Belichtungsdreieck. Und die nehmen wir uns jetzt einmal vor. Die Verschlusszeit, du hast ja vielleicht schon einmal gesehen, da steht dann im Sucher 1000. Das bedeutet der tausendste Teil einer Sekunde. Also eine Eintausendel Sekunde. Und wenn da zum Beispiel 2 steht, dann bedeutet es eine halbe Sekunde. Was hat die Verschlusszeit jetzt für eine Auswirkung auf dein Bild? Wenn du jetzt sehr kurz belichtest, zum Beispiel ein Zweitausendstel, dann wird der Wassertropfen eingefroren. Oder wenn Kinder am Trampolin springen, werden die gestochen scharf. Wenn sich Menschen bewegen, zum Beispiel die sprechen, dann solltest du Minimum eine 125 Sekunde haben. Besser noch vielleicht eine 200 Sekunde, damit du keine Bewegungsunschärfe bei Porträts hast. Wenn es jetzt dunkler wird, dann kann es sein, dass du mal 5 Sekunden belichten musst, damit du die Lichtspuren der Autos einfangen kannst und auch genügend Licht bekommst, um jetzt in der blauen Stunde ein tolles Foto zu machen. Und bei Nachtaufnahmen kann es dann sein, dass du sogar mehrere Minuten belichtest. Noch ein Tipp. Mitziehen ist eine beliebte Technologie. Und zwar, du fotografierst mit einer längeren Belichtungszeit, zum Beispiel mit einer 30 Sekunde, einen Radfahrer, der an dir vorbeifährt und bekommst dann einen unscharfen Hintergrund. Und der Radfahrer ist aber scharf abgebildet. Und das werden wir uns jetzt gleich in der Praxis ansehen. Für unsere erste Übung wollen wir die Sarah mit dem Roller verfolgen. Wir sind im TV-Modus, das kannst du oben am Wahlrad einstellen. Wir stellen die Verschlusszeit auf eine 1,50 Sekunde ein, damit der Hintergrund schön unscharf wird. Die ISO bleiben auf Auto, damit einfach die Kamera flexibel auf Lichtänderungen reagiert. Und jetzt navigiere ich einfach mal nach unten zum Autofokus, mit der Pfeillaste nach links, einmal nach unten und der Autofokus muss auf AI-Servo stehen. Ich nehme die automatische AF-Feldwahl und gehe noch einmal um 2 nach rechts und wähle die Reihenaufnahme schnell, damit die Kamera mehrere Bilder hintereinander macht. Wichtig ist, wenn die Sarah jetzt vorbeifährt, ihr bleibt mit dem Autofokus auf der Sarah, bewegt die Kamera mit und drückt permanent ab, macht mehrere Bilder, damit ihr dann wirklich auch ein gutes Foto letztendlich dabei habt. Wir haben jetzt die Verschlusszeit auf ein Vierzigstel gestellt, alles andere bleibt gleich. Jetzt müsst ihr die Weitwinkel-Einstellung eurer Kamera wählen, also 18 mm, wenn du ein APS-C Objektiv hast, oder 24 mm auf einer Vollformat-Kamera. Dann streckst du die Arme durch, die Kamera schaut zu dir und du drehst dich im Kreis und löst während der Drehung permanent aus. Das einfach ein paar Mal probieren und du wirst dann sehen, durch diesen Effekt bleibst du scharf und der Hintergrund wird richtig schön verschwommen. Auch das erfordert ein bisschen eine Übung, macht aber viel Spaß und die Fotos sind echt genial. Und bitte aufpassen, damit ihr nicht schwindelig wird und dann vielleicht umfällst. Ja, so, jetzt werde ich mal die Bildschirmfreigabe stoppen. Ich kriege da ganz eine kryptische Meldung vom Zoom, dass ich das irgendwie mit meinem Account angemeldet habe. Da werde ich jetzt mal nichts machen, damit ich mich nicht aus dem Meeting rausfahre. Also, ich möchte mich ganz besonders beim Oliver bedanken. Ich denke, das wäre ein riesiger Applaus wert. Beim Andreas, der heute leider nicht live da ist. Und beim Konrad, der die Bildbesprechungen jetzt auch vorbereitet hat und immer fix dabei ist im Team. Beim Markus Fierler, wo wir schon zu Gast sein durften, mehrere Male und der heute auch da ist. Markus, danke. Und wir haben ja natürlich schon wieder verschiedene Dinge ausbaldobert und werden auch live aus dem CD-Shop demnächst einmal wieder senden. Wir hätten einmal vor einem Mai so einen Wiener Fotoschule-Tag zu machen, gemeinsam mit der Canon Academy. Wir haben nämlich auch zehn Jahre Jubiläum oder elf Jahre eigentlich, aber durch die Pandemie ist es ein bisschen verschoben. Und wir haben dann vor, hier den Brauchhund zu mieten einmal für den ganzen Tag. Das werden wir am Dienstag machen, wo der Oliver und ich schon einmal in der Pandemie gesendet haben. Und wollen dort einen Fotoworkshop machen, Vorträge. Werden Sie einen ganzen Tag gestalten. Und der Oliver, ich denke, der Abschluss wäre dann wahrscheinlich ein Fotokaffee, oder? Ja, selbstverständlich. Cool. Gut, da muss ich mal kurz weiterschauen, wie es im Programm weitergeht. So, ich muss dann nochmal schnell auf die richtige Seite gehen. Ich habe nämlich da so einen kleinen Schummelzettel, wo ich ein bisschen mitschauen kann. Gut, dann kommen wir eigentlich zu unserem heutigen Haupt-Act. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Dr. Kurt, also ganz korrekt gesagt, Prof. Dr. Kurt Schicho da bei uns zu Gast ist. Und ich muss sagen, ihr wisst ja, dass ich längere Zeit im HKH gearbeitet habe. Und der Kurt ist ein ganz netter Kollege, der damals mit dem Studium fertig war und geforscht hat in verschiedensten Bereichen. Und den habe ich zufällig jetzt am Kieferchirurgenkongress getroffen. Und er forscht momentan auch gerade über die Schokoladenseite und hat jetzt über das Thema auch einen Vortrag vorbereitet. Nämlich der Titel, finde ich, sehr, sehr provokant und interessant. Und ich würde den Kurt zu mir bitten. Wir brauchen jetzt nur ganz eine kurze Umbau-Pause. Ich habe da ganz ein kleines Problem. Ich muss den einen Vortrag zumachen. Du kannst noch ein bisschen warten, Kurt. Ich sage das dann, wenn es soweit ist. So, da können wir jetzt einmal zumachen. Genau, aber ich werde den Vortrag nämlich aufrufen, damit es da keinen Stress gibt. Genau. Jetzt gebe ich den Bildschirm frei. So, bitte, Kurt, dann kannst du zu mir kommen und du kannst hier dann weiterschalten. So, das ist sogar das Fenster drüber. Warte, ich muss da noch kurz schauen. Ja, so geht es. So, jetzt solltet ihr meinen Bildschirm sehen. Ja, danke. Ich hoffe, man kann mich hören. Karl, für die Einführung. Ich muss sagen, wie der Karl gesagt hat, wir kennen uns schon seit vielen Jahrzehnten. Und ich weiß nicht, bei welchem Beauty-Doktor du in Behandlung bist, jedenfalls. Karl schaut seit Jahrzehnten immer gleich aus. Und ich habe immer, insgeheim, freue mich natürlich als Gute zum Geburtstag. Allerdings habe ich ein bisschen ein ungutes, mulmiges Gefühl. Fast, wenn ich denke, wenn der sein Beauty-Geheimnis irgendwann einmal auspackt, ist das schön schlecht für mein Geschäft. Ich sehe noch nicht die Startseiten. Ja, dann wäre die Startseiten so. Ja, dann muss man auf die Startseiten, weiß man. So, mit dem kann ich vor den Zug klicken. Mit der da. Ja, gut, das sieht man. Dann danke, ich werde mich ein bisschen beeilen, eher schnell durchklicken. Naja, das darfst du mir nicht sagen, ich bin eher ausführlich. Das ist nicht ganz ernst zu nehmen. Nein, vielleicht die Offenlegung, nicht die Inhalte, was das Medizinische betrifft. Ich bin also plastischer Chirurg. Ich bin zwar auf der Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie als Wissenschaftler, bin aber eigentlich Facharzt für plastische Chirurgie. Habe in Spital an der Trau, das ist da in den Kärntner Bergen, Ordination. Komme aber meistens sehr gerne nach Wien zum Operieren in die Privatklinik Wering. Also wenn es so größere und sehr heikle Eingriffe sind, überrede auch die Kärntner Patienten nach Wien zu kommen und operiere da, weil ich einfach da optimale Bedingungen für die Operationen vorfinde. Also die medizinischen Dinge, Informationen, die ich gebe, die sind ernst gemeint. Diese Gegenüberstellung Photoshop versus Schönheitschirurg, das ist ein bisschen ironisch, aber auch wieder nicht ganz ironisch, weil ich habe an der Universität diese sogenannte Facial Aesthetics Engineering Arbeitsgruppe, wo tatsächlich solche 3D-Simulationen, Visualisierungen und dergleichen gemacht werden. Und das ist auch in der plastischen Chirurgie heute fast Standard und sehr etabliert, dass man Ergebnisse prognostiziert. Wir haben an der Mundkirche von Gesichtschirurgie natürlich schwerpunktmäßig uns mit dem Gesicht beschäftigt. In der plastischen Chirurgie ist es üblich, auch Brüste zu simulieren, also zu visualisieren. Das heißt, das hat schon sehr, sehr viel Ähnlichkeit zu Photoshop. Und ihr wisst, dass gerade in der Zeit von Instagram und Facebook und andere Social Media Kanäle solche Bildbearbeitungen, das ist nicht immer Photoshop, das ist ja mehr was für Profis oder sagen wir mal für Amateure, die die Fotoschule durchlaufen haben beim Qual. Das kann es ja nicht jeder so bedienen, aber es gibt schon genug sehr, sehr benutzerfreundliche Software, die praktisch mit einem Maus klickt, die Fotos so richtig tunet, damit man auf Social Media irgendwas hermacht. Natürlich muss man auch sagen, wenn man das jetzt gegenüberstellt, Photoshop versus Schönheitschirurg, wenn man das nur posten möchte und auf dicke Hose machen auf den Social Media Kanälen, dann kann das schon mit der Software ganz gut funktionieren. Aber wenn ihr euch dann vorstellt, ihr kommt zum Tinder-Date und die kennen euch zunächst einmal nur von den bearbeiteten Fotos, dann seid ihr natürlich wesentlich besser dran, wenn ihr das Geld in Beauty-Doc investiert habt. Also gehen wir in Medias Res, ich mache einen kurzen Überblick. Wir werden heute also ein paar Beispiele zeigen, Bild sagt immer mehr als tausend Worte über den Körper. Ich habe auch, und das ist, wenn es auch im Vergleich mit Photoshop ironisch gemeint ist, aber die Preisangaben und die Angaben zum Aufwand, damit man so ungefähr vorstellen kann, wie aufwendig ist das, wie viel kostet das und wie schaut es mit dem Risiko aus, das ist seriös. Ich denke mal, wenn man nämlich mit diesen Dingen nicht so vertraut ist und sich noch nicht damit beschäftigt hat, dann ist es vielleicht wirklich gar nicht so uninteressant zu erfahren, was kosten denn gewisse Dinge, weil viele machen ja ein großes Geheimnis draus. Und umgekehrt, ich bin ja selber Hobbyfotograf, wenn ich mir jetzt denke, gut, wenn ich wirklich mit Photoshop etwas ernsthaft bearbeite, also nicht einen Klicker von einer vollautomatischen Software, sondern wirklich ernsthaft irgendetwas korrigieren möchte, weiß ich selber auch nicht, wie aufwendig das ist, wie viel Zeit muss ich da, wie viel Erfahrung brauche ich da. Und das wird uns der Oliver, der da live zugeschaltet ist, also ein bisschen demonstrieren. Ich habe da so ein kleines Video einmal produziert, eine sehr verbreitete und bekannte Operation, die sehr oft nachgefragt wird. Gerade, das ist ernst, wirklich, wo nach den Feiertagen, also typischerweise, so wie man den Lifestyle-Magazinen liest, am Beginn des neuen Jahres, wenn aber der Jahreswechsel, die Weihnachtszeit vorbei ist, dann gibt es die Plastische Chirurgie dafür und da kommen also immer wieder Patienten und Patientinnen, sind ungefähr zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer bei mir und sagen, also Herr Doktor, eigentlich, eigentlich möchte er nichts ändern an mir, man soll immer ganz natürlich bleiben, aber ich ernähre mich immer öko, bio, vegan und automolekular nach den fünf Elementen, nur leider die gewissen Problemzonen bringen wir nicht weg, kann man da nicht ein bisschen nachhelfen. Das ist dann das Body Contouring, die Körperformung. Und da gibt es im Prinzip, von vielen Feinheiten abgesehen, haben wir zwei Möglichkeiten, man kann schneiden und man kann saugen. Also Fettabsaugung, das ist so landläufig, glaube ich, bekannt, dass man saugt. Oder man schneidet, wenn irgendwo eine Fettschürze hängt oder eine schlaffe Haut hängt, schneidet man es weg. Wenn irgendwas prall gefüllt ist mit Fett, dann saugt man es ab. Dieses Foto da soll schon auch den Grundgedanke illustrieren, es ist sehr wichtig, dass man eine realistische Erwartungshaltung braucht. Es wird ja oft kritisiert, dass man mit Photoshop ein unrealistisches Körperbild erzeugt, dass eine unrealistische Erwartungshaltung und auch psychologisch vielleicht gerade für jüngere Menschen Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper generiert wird, einfach immer die Werbung, Ideale, die gar nicht erreichbar sind, suggeriert. Und ich sehe es als meine Aufgabe, gerade in der plastischen Chirurgie, wo die Leute wirklich kommen und was operiert haben wollen, einmal am Beginn schon abzuchecken, wie realistisch ist die Erwartungshaltung. Wenn man merkt, das sind unrealistische Vorstellungen, dann ist von vornherein klar, wenn man irgendwas macht, macht man unzufriedene, vielleicht noch unzufriedenere Menschen. Also das ist ganz wichtig, das, was ich da dargestellt habe. Also Venus von Willendorf wird nicht die Dame rechts im Bild entstehen. Aber es ist tatsächlich so, dass sehr viele eine unrealistische Erwartungshaltung haben. Was man sehr schön machen kann, das Beispiel, ein junger Patient, aber so Anfang 20, war ein massiver Gewichtsverlust. Wir sprechen auch von postbariatrischer Chirurgie. Ihr wisst, gibt es die Möglichkeit, ein Magenband, Magen-Bipass, also eigentlich für die einfach dazu beitragen, eine Gewichtsreduktion zu erleichtern, wo man also zum Teil sich halbiert. Also das sind junge Menschen, die zum Teil von 150 Kilo sich halbieren. Und dann natürlich einmal froh sind, wenn das Gewicht weg ist und man macht Bewegung, spart alles wieder mehr Freude. Aber so ein massiver Hautüberschuss, wie da zu sehen ist, das geht nicht weg. Der Benefit, also was die Menschen davon profitieren, der ist wirklich sehr, sehr hoch. Also die sind nachher wirklich glücklich. Die sagen, das ist ja völlig, die haben zuerst sehr viel investiert, sehr viel Konsequenz an den Tag gelegt beim Abnehmen, haben vielleicht eine Operation, Magenverkleinung, Magen-Bipass, Magenband, was auch immer auf sich genommen ist, ist ja eine Leidensgeschichte. Und sind dann froh, dass sie es geschafft haben, endlich am Ziel zu sein, endlich einmal sich wirklich halbiert zu haben. Und dann die Haut schrumpft aber nicht in dem Ausmaß zurück. In dem Fall muss man es einfach wegschneiden. Und die Leute kann man wirklich sehr, sehr glücklich machen. Risiken gibt es überall, aber es sind Wundheilungsstörungen hier und da kann passieren. Im Grunde die Risiken sind sehr überschaubar. Aber ich halte es da nur sehr oberflächlich. Die Aufklärung dauert für jeden Eingriff bei mir mindestens eine Stunde, eineinhalb. Aber da ist es so, dass die Leute wirklich nach der Operation, so nach dem Motto von einer Fernsehserie, die es auch im deutschen Raum gibt, extrem schön, jetzt beginnt ein neues Leben. Also es ist tatsächlich so, die kommen daher, der Patient ist Anfang 20 und nach der OP ist alles straff und schön. Das schaut also nicht schlecht aus. Ein Beispiel aus meiner Ordination, das habe ich gerade jetzt vor zwei, drei Wochen operiert. Es war Fettabsaugung. Es ist eine junge Patientin, Schwangerschaft, Lockdown, Karenzzeit. Nahrungsmittelmangel gibt es ja Gott sei Dank auch nicht in Österreich. Also ein bisschen eine Problemzone. Und dann haben wir da, wie ihr seht, ein bisschen was abgesaugt. Da wird also im Prinzip eine große Menge Flüssigkeit in den Körper gefüllt. Das Gewebe saugt sich voll wie ein Schwamm. Das sind oft wirklich große Mengen, mehrere Liter. Bei der Patientin waren es glaube ich so drei, eineinhalb Liter, vier Liter Flüssigkeit, die wir reinlassen. Da lassen wir es ein bisschen einwirken. Da gehen wir einen Kaffee trinken, da soll 20 Minuten sowas einwirken. Dann weicht sich das Fett auf. Da ist dann ein Schmerzmittel drinnen. Da ist was Blutstillendes drinnen, damit es dann möglichst wenig blaue Flecken gibt. Und dann kann man einfach saugen, so wie man sich das vorstellt. Und ihr seht es da vorher noch, das ist sechs Tage nach der OP. Der hat natürlich noch blaue Flecken. Ihr werdet euch wundern. Und das große Ehrenwort ist nicht, nicht gephotoshoppt. Der Grund, warum die so blaue Flecken haben, ist nicht, weil ich so ein genialer Chirurg bin und irgendwas anders mache, es kochen alle nur mit Wasser. Der Grund, warum die so wenig blaue Flecken haben, ist also nicht Photoshop und auch nicht mein großes chirurgisches Feingefühl. Ich bemühe mich natürlich sehr, aber wie gesagt, es kochen alle nur mit Wasser. Wir haben ein Wundermittel da und das ist auch ganz ähnlich zur Fotografie. Für uns als Fotografen ist das Licht enorm wichtiger. Also Licht, das ist das Um und Auf. In der Maulerei denkt so an Josef Maldorf, William Turner, denkt so an Thomas Kincaid, denkt so an Fotoschule. Also Licht ist das Um und Auf. Und ich arbeite auch mit Licht. Aber in dem Fall nicht beim Fotografieren, dass ich irgendwas schummele, sondern wir haben das sogenannte kalte Rotlicht. Das ist Low-Level-LED-Therapie. Das ist eine Wiener Firma. Und die Patienten kriegen bei mir, ich bin zuerst dafür belächelt worden, esoterisch alternativ ist es nicht. Das ist ein zugelassenes Medizinprodukt, die war in den Zulassungsstudien involviert. Und die Patienten kriegen also hochintensives, kaltes Rotlicht, also keine Infrarot-Wärmelampe, sondern kaltes Rotlicht, das tief ins Gewebe eindringt. Das wird pro Region 20 Minuten am Tag sofort nach der OP draufgeben. Und jeden Tag, das machen die Patienten zu Hause, das Ding schaut aus wie so ein Duschkopf. Das gibt extrem grelles Licht, das das Gewebe durchdringt. Und die haben also wirklich minimal nur blaue Flecken. Das ist da das Geheimnis. Aber es ist nicht esoterisch alternativ, komplementär, sondern das ist schulmedizinisch und bewiesen in Studien, dass es wirkt. Und das ist der Grund, warum die wirklich so wenig blaue Flecken und kaum Schmerzen haben. Das ist also so eine typische Fettabsage. Und das Endergebnis, vielleicht sieht man in drei Monaten mal das Gewebe, was wir abgesaugt haben, ist natürlich weg. Aber das Gewebe, allein durch das Saugen, durch das Herumstochen mit der Kanüle, wird traumatisiert, wird also beleidigt. Und dann schrumpft es über die Monate zurück. Also das ist jetzt erst sechs Tage nach der OP. Und wie gesagt, nicht geschummelt, sondern ist einfach normal fotografiert. Und nach drei Monaten ist noch viel ein besseres Ergebnis. Es wird noch viel straffer und wird noch viel schöner. Dann gibt es noch eigenartige Dinge. Eine junge Patientin, eine Stammkunde, eine Stammpatientin bei mir, die sehr körperbewusst ist. Und die wollte ein künstliches Sixpack haben. Das nennt man High Definition Liposuction. Die hat selber schon einmal trainiert gehabt, ein Sixpack gehabt, hat gesagt, immer nur sich so zu kasteinen beim Essen und immer nur zu trainieren. Es gibt halt manchmal Verlockungen in Form von Torten oder Feiertage und Urlaub und so weiter. Jetzt ist der Sixpack weg und das Trainieren ist halt gar so hart. Und die ständig, diese bewusste Kost, wo man nur bestimmte Dinge essen darf, auf Dauer schmeckt auch nicht, kann man jedoch ein bisschen nachhäufen. Und da haben wir dann eine sogenannte, ja, sogenannte, nein, ich bin ja, ich bin heute schon, ja, High Definition Liposuction gemacht. Und da haben wir also im Prinzip, wie ersetzt die Patientin links, hat eine beneidenswert schöne Körperform, also da fehlt nichts. Also sehr körperbewusst trainiert sehr viel. Und bei der Brust hat man auch schon der Natur ein bisschen noch nachgeholfen. Und die Linien da vorne, die deuten diesen Sixpack an. Und rechts, das ist auch nur, ich glaube, zwei Wochen oder zwölf Tage nach der OP, haben wir diese Linien vom Sixpack künstlich erzeugt. Das funktioniert im Prinzip wie eine normale Fettabsaugung, nur, dass man gar nicht in erster Linie was absaugen möchte, sondern dass man einfach mit dieser Kanüle ganz oberflächlich in der Haut so Einziehungen macht. Also im Internet wird das dargestellt, als wenn es Raketenwissenschaft wäre. Also es ist, wenn es dann einmal jemand gezeigt hat, wie es geht, gar nicht einmal so eine große Hexerei und wie er es jetzt schaut, eigentlich wie ein Sixpack aus. Ich bin neugierig, wenn wir jetzt im Photoshop dagegen antreten, ob ihr das mit Photoshop so ohne weiteres hinkriegt. Aber das funktioniert jedenfalls der Zeit. Das sind, ich beton es noch einmal, dass wir hier sehen, sind echte Fotos, das ist nicht gephotoshoppt. Das sind ganz normale Fotos. Der Photoshop zeigt dann der Olli, was wir machen, schalten wir dann drauf oder? Okay, ich gehe mal schnell durch, läuft durch. Nachher haben wir genug Zeit für eure Fragen und so nicht. Und ich bin selber der Neugierig, wie das mit Photoshop geht. Okay, ja. Wenn ich zu schnell oder zu langsam bin, dann sagst du mir, okay. So, dann klicken wir weiter. Das ist dann ein anderes Beispiel. Man kann nicht nur absaugen, sondern auch Fett wieder auffüllen. Dass bei einer Patientin eigentlich sehr schlank war, dass sie, die beiden linken Bilder sind beides vorher Fotos, da mit schwarzem Filzstift ein bisschen markierte Haut. Aus Gründen, die man nicht wusste, haben die Patientin auch nicht, die einfach eine zerknitterte Bauchdecke gehabt. Also kein Übergewicht, keinen großartigen Gewebeüberschuss, ein bisschen Schlafheit vielleicht, aber sehr, sehr moderat nur. Aber sie hat da so komische, wie gesagt, wir wissen nicht warum, Einziehungen in der Bauchdecke. Und da haben wir eben eine Fettabsaugung gemacht, aber nicht um Fett wegzubringen, sondern um Fett zu haben, quasi als Füllsubstanz, um diese Dellen wieder aufzufüllen. Und dann haben wir das jetzt da links an dieser schwarzen Linie und auch noch eine sogenannte Mini-Abdominoplastik gemacht. Das ist also eine Bauchstraffung, wo der Nabel nicht versetzt wird. Da sind jetzt noch diese komischen Punkte im rechten Foto. Das sind nur die Abdrücke vom Duschpflaster. Das geht dann wieder weg. Das ist einfach ein Abdruck vom Duschpflaster. Also eine Woche nach der OP, da haben wir den Bauch gestraft, also sozusagen einfach die weiche, schlaffe Haut nach unten gezogen, den Überschuss weggeschnitten, damit das straffer wird. Und im Bereich vom Nabel, wo diese zerknitterten Einziehungen waren, haben wir Eigenfett wieder eingespritzt. Also es wird einfach an der Flanke oder irgendwo, das geht auch bei sehr schlanken Leuten, abgesaugt und im Bereich vom Nabel wieder hineingespritzt. Das ist also auch relativ unkompliziert zu machen. Es gibt ein bisschen blaue Flecken. Die Kosten von so einer Prozedur, die Zeit, die OP-Dauer, ist so zwischen ein und zwei Stunden, wobei man sagen muss, eine knappe halbe Stunde, 20 Minuten, lassen wir die Flüssigkeit einwirken, damit das eben erstens einmal weniger blutet und auch nach der OP noch fast keine Schmerzen verursacht. Aber alles in allem so typischerweise dauert es eine Fettabsorgung, ein bis zwei Stunden und die Kosten, die beginnen so irgendwo bei zweieinhalb tausend Euro. Also hängt natürlich davon ab, wie viele Regionen das sind, ob es jetzt nur die Oberschenkel sind, ob es der gesamte Körper ist. Da muss man schauen. Aber in dieser Größenordnung. Der Benefit ist meistens recht groß. Wie viel es dann wirklich ausgibt, hängt natürlich individuell vom Gewebe ab, wie straff das Gewebe ist, wie gut das zurückschrumpft. Aber meistens sind die Leute recht glücklich auch danach, weil einfach das Lebensgefühl besser wird. Der Sport macht mehr Freude, wenn das nicht mehr so schwabelt beim Laufen und so. Also die Leute haben das recht gern. Die Limitation natürlich, man muss eine realistische Erwartungshaltung haben. Also wenn jetzt der Hermes Fettberg sagt, ich möchte eine Figur haben wie der Michael Jackson, wird es nicht funktionieren, kann auch ich nicht weiterhelfen. Gut, ein Klassiker sozusagen, das Paradebeispiel für Beauty Dogs ist natürlich die Brustvergrößerung. Da sehen Sie junge Patientin so um die 30, Anfang 30, Anfang Mitte 30. Also Brust von der Größe subjektiv für die Patientin, sie hätte es halt gern ein bisschen größer gehabt. Auch ist ein bisschen Schlaffheit dabei und eine leichte Asymmetrie. Und das haben wir eben durch etwas unterschiedlich große Brustimplantate ausgeglichen. Und wiederum, wieder betone ich, kein Photoshop, sondern das ist durch diese Low-Level-LED-Lampe, also diese pulsierende Rotlicht-Therapie, praktisch keine Schmerzen, keine Schwellung, keine blauen Flecken und schon vier Tage nach der Operation ein Ergebnis, mit dem sie eigentlich recht zufrieden war. Das ist eine andere Patientin, wo das Problem noch nachvollziehbar ist, wo tatsächlich eine sehr junge, sehr schlanke Patientin, wo wir die Brustimplantate sehr tief praktisch unter dem Brustmuskel eingebaut haben. Und auch da sehen Sie, das eine Foto haben wir nach dem Sommer gemacht, das operiert habe ich im September und das Kontrollfoto habe ich jetzt im Februar, glaube ich, gemacht, also fünf Monate danach. Deswegen ist es so blass. Aber Sie sehen, das ist ein sehr schönes und gleichmäßiges Ergebnis. Ach so. Ist er wieder da drinnen? Genau. Also das ist ein Klassiker, der sehr beliebt ist. Und das ist übrigens etwas, das man auch simulieren. Also da gibt es eigene Simulationssoftware, wo man verschiedene Größen simulieren kann. Natürlich auch nur in einer bestimmten Bandbreite. Man kann aus der Patientin, die ihr da gesehen habt, jetzt nicht bei Mela-Eindersen machen oder so, je nachdem, was der Hautmantel hergibt. Aber das ist meine Aufgabe, das kann ich jetzt da nicht in der Ausführlichkeit klarerweise bringen. Das erzähle ich dann den Patientinnen in der Ordination. Also da haben wir immer, dass der Parkschuhn abläuft, die nimmt man da wirklich sehr viel Zeit und macht das sehr individuell. Das ist jetzt nur ganz grob, einmal so ein Anhaltspunkt. Aber ich habe typische Auswahl genommen, also keine irgendwie unrealistischen Annahmen, sondern so sehr gängigen, klassischen Situationen. Der Benefit ist meistens groß. Also Benefit meine, dass man relativ schnell ein Ergebnis sieht und tatsächlich etwas, eine Veränderung auch sieht, die man wahrnimmt. Die Operationsdauer Brustimplantat ist, wenn ich es gemütlich angehe, in einer Dreiviertelstunde eingebaut, manchmal auch nur 35 Minuten. Wenn es asymmetrisch ist, kann es auch mal 50 Minuten dauern, aber in der Größe, das ist keine große Geschichte. Und die Preise mit allem drum und dran, mit Anästhesie, mit Übernachtung und so, sind bei mir in etwa 5.500. Aber ich muss sagen, ich habe meine Ordination in Kärnten, ich bin ja Wissenschaftler an der Medizin-Uni Wien, aber diese Dinge mache ich als in einer Privatordination und in Kärnten haben wir einfach ein anderes Preisniveau nicht. So in irgendwelchen anderen Ländern ist es noch günstiger und in der Schweiz ist es natürlich noch teurer nicht. Aber ich rede von Kärntner Preisen, obwohl ich die Patientinnen und Patienten fast am liebsten in Wien operiere, außer die, die absolut nicht in der Wien fahren wollen, die operieren dann in Klaugenfurt. Aber ich habe da die Kärntner Preise, also das sind hochwertige Materialien und so ist nicht deswegen günstig, weil einfach in Kärnten das Preisniveau anders ist als in Wien. Das Risiko ist moderat, das kann man wie bei jeder OP eine Wundheilungsstörung geben. Ich sage den Leuten immer, wisst ihr, was der gefährlichste Art einer solchen OP ist? Habt ihr eine Idee, was ist da das gefährlichste? Genau, also die Anreise, ja, also es ist tatsächlich so, man hat Angst vor der Narkose, man hat Angst vor allem drum und dran. Ich sage immer, das Schlimmste, was passieren kann, also aus rechtlichen Gründen, das verlangt der Anwalt, in der plastischen Chirurgie ist immer, dass man die Risiken realistisch darstellt und bloß auch nicht untertreibt. Also man muss es, das hat es Urteile dazu geben, dramatisch genug darstellen. Deswegen sage ich im Aufklärungsgespräch den Leuten immer, keine Sorge, das Schlimmste, was passieren kann, das muss ich aus rechtlichen Gründen sagen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr entweder tot oder entstellt seid. Da müsst ihr eine Burka kaufen. Aber im Normalfall, es kann einmal, ist aber Gott sei Dank, muss auf Holz klopfen, ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Da ich nehme auch so relativ einfache Operationen, sehr, sehr ernst. Also ich meine, ich habe jetzt, das ist, das doch schon ziemlich oft gemacht, aber ich nehme das genauso ernst, es kann überall was passieren. Da habe ich so, statistisch gesehen, ist das Gefährlichste, wie der Karl gesagt hat, die Anreise, die Wahrscheinlichkeit, das, was passiert ist, da am größten. Aber man muss einfach aus rechtlichen Gründen auf alles hinweisen. Und das kann es ja wohl sein, diese alten Implantate, das jetzt links unten, die können einmal aussehen, die können einmal kaputt werden. Und heute sind Implantate aber wirklich ausgesprochen sicher. Also wenn man nicht jetzt eine non-verbale Konfliktlösung einmal wählt, also sprich Messersteherei oder so, oder Airbag auslöst und passiert so ein Implantat nichts. Also ihr braucht keine Angst, um wenn ihr am Strand liegt, sind Schaorle und in der Sonne und dass das dann platzt oder so, wie einige befürchten, dass die Implantate sind sehr sicher. Und wenn es wirklich platzt dann und ausrinnt, passiert auch nichts, dann wird man damit nicht vergiftet oder geschädigt. Da muss man es halt ausputzen und ein frisches Implantat reingeben. Also das ist sehr sicher und im Grunde sehr, kann man machen. Ich habe schon erwähnt, diese Zeit, wo wir den Karl kennen gelernt haben und zusammengearbeitet haben, das war die Zeit der Hochtechnologie, ich sage immer Raum, der Weinfranz war auch immer dabei, Raumschiff Enterprise im OB, das sind diese Hochtechnologie-Projekte im AKH, diese Facial Aesthetics Engineering Gruppe, also wo wir wirklich Hochtechnologie im OB machen, zuerst im Büro was planen und simulieren und im OB dann umsetzen, eben 3D-Planung, Simulation, Weichgeweb-Simulationen, also Versuch, Ergebnisse vorherzusagen. Damals war das noch so Pioniertätigkeit vor 20 Jahren und heute ist es eigentlich Routine, was man in Ordinationen standardmäßig macht. Aber werden wir wieder ein bisschen konkreter, wenn ihr jetzt ein Gesicht anschaut und das wird der Oliver dann, ich hoffe, du bist dran, Oliver, was ist denn da für eine Kamera, du hörst eh mit, wir haben gesagt, wir werden dann vorführen, wie man gewisse Dinge mit Photoshop ändern kann, also gängige Dinge und ich gehe davon aus, können wir dann diskutieren, ihr korrigiert es mir, wenn ihr das falsch einschätzt, aber ich denke, die Anliegen und die Wünsche an Photoshop sind in weiten Bereichen ähnlich wie die Anliegen der Patienten. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwas posten, was möchte man da haben? Typischerweise, und das sind ganz viele Dinge, die Falten auf der Stirn, die der Kollege hat, Augenlider sind, einer meiner häufigsten Eingriffe sind Augenlider, so Plepharoplastik, dann bei der Seite der Augen die Krähenfüße, abstehende Ohren werden gern korrigiert, der Jochbeinkomplex wird gerne aufgebaut, das einfach um ein bisschen ein markanteres, männlicheres Gesicht zu haben oder auch wenn es zum Beispiel Transgender-Patienten sind, die einfach sagen, ich möchte weiblicher werden, ich möchte männlicher werden, also nach einer Geschlechtsumwandlung, nicht, dass aber oft Frauen, also Transfrauen, die sagen, ich möchte gern weiblicher werden, die Geschlechtsumwandlung selber mache ich nicht, aber die Feminisierung oder Maskulinisierung mache ich natürlich, also dass man das Jochbein aufbaut oder was sehr beliebt ist, diese Jawline einfach markanter zu machen, zu verlängern, um einfach männlicher zu wirken, Geneoplastik, also das Kinn etwas zu betonen, kantiger zu machen, dann ganz häufig, vor allem bei Frauen, also überwiegend Frauen, ich habe es glaube ich in der ganzen Zeit, wo ich die Ordination habe ein, zweimal nur bei Männern gemacht, meistens in Frauen, die Lippen mit Hyaluronsäure zu formen, sage ich immer, ich mache keine Schlauchbote, leider muss ich mir da unter, weil manche Patientinnen wollen es tatsächlich haben und drängen so sehr, einmal habe ich es abgelehnt, wie die Ordination neu gehabt, dann ist es woanders hingegangen, es ist schiefgegangen, da war es ja tatsächlich nicht mehr Tageslicht lauglich, aber wie gesagt, wenn es jemand wirklich möchte, dann halt so Schritt für Schritt kann man es ja machen, aber im Prinzip, das Lippenformen, das Lippenkonturieren, also das darf man sich nicht so, wie immer so Russian Lips, das ist ja so, wenn man googelt, so ein Begriff, nicht russische Lippen, so nennt man das, ist eher die Ausnahme, gerade in kleinen Sachen, eher ein bisschen eine Forme, weil wenn man altert, nehmen die Lippen an Volumen ab und das kann man ganz dezent, so dass man nicht viel merkt, wie da wieder auffüttet. Gut gemacht ist es dann, wenn man nicht bemerkt, dass was gemacht ist. Also gut gemacht ist es dann, wenn die Leute sagen, ah gut, schaust du aus, warst du auf Urlaub oder so oder neuer Freund oder irgendwas, warst du beim Schönheitschirurgen, nein, nein, ist nur Yoga, Grüntee und gute Gene, nicht und so, nicht und bei mir kommen die Leute meistens, wenn es finster ist, zur Kontrolle, damit sie keiner einigen sieht, weil ein Spital ist, eine kleine Stadt, nicht, kann gleich ein Verdacht aufkommen, Einmal habe ich eine liebe Bekannte von mir eingeladen, im Lockdown, der erste Lockdown, war und haben uns bitter drüber beklagt, rief ich sie beim Einkaufen am Parkplatz, sagt sie, ja man kann nirgends hingehen auf einen Kaffee gehen, so wie man es üblicherweise macht, geht alles nicht, sage ich, kein Problem, kommt zu mir in die Ordination, Arztpraxen, sind immer offen. Sagt sie, gute Bekannte, hat sie einen Kaffee, auf einen Kaffee zu dir gehe ich nicht, weil wenn mich da wieder einigen sieht, du weißt, ich bin so ganz auf natürlich, ich habe mich gefühlt, dass wir wieder einen Sexshop betreiben. Rhinoplastik, das ist also Nasenkorrektur, dann ganz, ganz häufig fragen Patienten nach einer Korrektur, die ist eine Nasolabialfalte, kann man nicht einfach ein bisschen Hyaluron rein spritzen, so kann man überall in den Hintern, in den Blumentopf, überall kann man spritzen, nur die Falten geht davon nicht weg. Also das ist deswegen außerdem sehr gefährlich, gefährlicher als ein Facelift in Wirklichkeit, weil viele, die so vieler spritzen, eigentlich in der komfortablen Situation sind, dass sie vielleicht gar nicht so sehr die Anatomie kennen und gar nicht wissen, was da alles passieren kann, wenn man rein spritzt. Also da ist es auf der Operation weniger gefährlich. Unterlieder werden gern korrigiert und ganz häufig diese Klavella, Falte, Stirn. Und jetzt aber, wenn ihr euch das anschaut, die aufmerksamen Beobachter unter euch haben wahrscheinlich schon bemerkt, links unten steht, Fotofake. Julio Silva, das ist auch ein Kollege von Karl und von Franz, also Nachfolger von euch eigentlich, der hat mir da Photoshopfake gemacht. Weil in Wirklichkeit, ihr beide kennt die Leute, haben wir da das Gesicht von einem Kollegen mit den Haaren eines anderen Kollegen fusioniert und in Wirklichkeit schaut es so aus, das heißt meine These ist, und da bin ich oft drüber belächelt worden, dass ich gesagt habe, mein Schwerpunkt ist, oder wollte ich damals haben als Schwerpunkt, jetzt ist es eher, nur noch eines von vielen, die Haartransplantation. Also in Wirklichkeit, wenn ihr euch das so anschaut, so schaut der Patient in echt, also ich war kein Patient, das ist nur eine Kollegin, nenne ich für das Foto missbraucht habe, würde ich mal sagen, mir stören die Falten, mir stört dieses und jenes, das ist jetzt da ein Dutzend Dinge, die einen vielleicht stören, aber in Wirklichkeit, aber in Wirklichkeit den Unterschied, den Unterschied machen die Haare. Okay, also das ist etwas, was oft unterschätzt wird. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, ich sehe ja meine Aufgabe als plastischer Chirurg, dass ich die Leute berate und einmal wirklich im Ausführlichen Gespräch analysiere, was ist eigentlich euer Anliegen. Es geht nicht um schön oder weniger schön, sondern es geht auch darum, möchte ich vielleicht seriöser wirken. Es gibt Leute, die sind sehr hübsch, aber werden im Beruf nicht ernst genommen. Sagen die, ich bin das nette Mädchen, aber ich möchte einmal ernst genommen werden, ich möchte kompetent wirken, ich möchte so. Oder auch für einen Mann, ihr wisst es, ich wäre auch nicht unbedingt das Kompliment, wenn eine Frau uns sagt, der ist nett. Also das ist manchmal, wie wir hören lieber, wenn sie sagt, der ist ein Arschloch, aber unwiderstehlich. Und das ist auch Spaß beiseite, wirklich wichtig als plastischer Chirurg, wenn Patienten kommen und irgendeinen Wunsch äußern, dass man sich Zeit nimmt und zuhört und schaut, was ist wirklich das Anliegen, was stört die Leute in Wirklichkeit. Weil oft ist das für mich selber überraschend gewesen am Beginn, dass das, was objektiv nachvollziehbar eigentlich das Anliegen oder ich für das Anliegen halte, denke, das oder jenes könnte man im Gesicht machen, die Patienten gar nicht stört und subjektiv irgendwas ganz anderes stört, wo man gar nicht denkt. Manche sage, das und das ist bei dir, das könnte man machen. Und ich denke, wenn er bei der Tür reinkommt, schon ich glaube zu wissen, was das Anliegen des Patienten ist und in Wirklichkeit ist ganz ein anderes Anliegen, was mir gar nicht auffällt. Das ist ganz wichtig, das eben realistisch zu sehen. Gut, wenn also jetzt, jetzt machen wir schnell fertig, die Haarverpflanzung, das ist eigentlich ein Klassiker, mache ich auch kein Geheimnis draus. Das ist in der Türkei wesentlich günstiger, weil da geht es nicht so sehr um chirurgisches Geschick im Gegensatz zu einem Facelift oder so. Da geht es rein um den Chirurgen. Aber bei einer Haartransplantation, das ist eigentlich, da braucht man eine halbe Fußballmannschaft, einfach Assistenten und so, weil das so zeitintensiv ist. Und da geht es um die Personalkosten. Das ist schließlich in der Türkei einfach günstiger als in Österreich. Also das kostet sehr, sehr viel. Aber das ist nicht mein Honorar, sondern das ist im Endeffekt, wenn ich ein halbes Dutzend Personal bezahle für den ganzen Tag. Und das braucht man aber, um das schnell fertig zu kriegen. Es hilft uns jetzt dieser Blechtrottel, also Entschuldige, der Adas-Roboter, der die Haare stanzt, entnehmen tun wir es immer noch händisch. Also der Patient wird dort fixiert, da kommt da so ein Referenzrahmen drauf und mit, das Movie, glaube ich, funktioniert eh mit elektronischer Lichterfassung, schaut sich dieses Gerät genau die Haarwurzung an und stanzt aus und spuckt dann eine Statistik aus, wie viele Haare haben wir entnommen, wie viele haben wir verschont und nicht kaputt gemacht beim Entnehmen und entnehmen tun wir es dann aber händisch. Also das ist eine Sache, die das doch beschleunigt. Der Rest ist im wahrsten Sinne, das war eine Haarspalterei, weil eine der Assistentinnen, da sind ganz viele dabei, sortieren dann diese entnommenen Haare oder die Haarwurzeln besser gesagt, in einzelne oder doppelte oder dreier Gruppen, also eine Haarwurzel, das ist wie ein Blumentopf, da kann ein Haar herauswachsen, zwei oder drei, manchmal auch vier, also ein bis drei und die einzelnen Haare, also die Haarwurzel mit einem einzelnen Haar, setzt sich an der Front ein und die dichteren, also wo mehr drinnen sind, setzt sich weiter hinten ein. Früher hat man so Büschel versetzt, die Leute haben immer Angst gehabt, ob es mal wächst. Gewachsen ist es immer, nur hat es unmöglich ausgeschaut. Wenn es daneben geht, es gibt ein paar Beispiele, ihr kennt es aus dem Fernsehen wahrscheinlich, es gibt einen Moderator im ORF nicht, wenn er sich umdreht, dann merkt er hinten die Narbe und trotzdem hat er Glatzen rasiert, weil es misslungen ist. Da hat man also so Büschel wachsen gehabt, man hat gesagt, Toll-Hair-Effekt und dann hat man zwar Haar wachsen gehabt, aber es hat unmöglich ausgeschaut. Also wichtig ist, dass man es wirklich ganz, ganz gleichmäßig verteilt und auf die Wuchsrichtung schaut. Gut, also die Haare werden sortiert und da werden sie eingesetzt und dann schaut das aus, wie ein Dreitagebart rot und geschwollen ist es fast gar nicht. Die Leute kriegen wieder dieses pulsierende Rotlicht. Also das sind also minimal nur Schmerzen eigentlich fast gar nicht. Das ist spannend. Nach zwei Tagen kann man Haar waschen. Nach ein, zwei Wochen ist eigentlich nichts mehr zu sehen. Nach spätestens einem Monat sind die ganzen transplantierten Haare wieder ausgefallen. und erst dann ist ein halbes Jahr, als wäre, wenn nichts gemacht wäre und erst nach einem halben Jahr fängt das plötzlich an zu wachsen. Und das geht so langsam, dass der Umgebung gar nichts auffällt. Also wenn ihr im Büro sitzt mit euren Freunden und Kollegen, die merken da gar nichts. Nur selber nach einem halben Jahr merkt man, es wächst ja doch was. Und dann wird es immer kräftiger, kräftiger. Aber es geht so langsam, dass das niemandem auffällt. Das ist ganz interessant. Das ist eine schöne Sache. Der Mechanismus, der da zugrunde liegt, ist bis heute nicht restlos geklärt, aber es funktioniert. Also wir tun praktisch nur umverteilen. Also ich sage jetzt nicht, weil ich Kommunist wäre oder so, sondern es ist einfach Verteilungsgerechtigkeit. Bei mir ist auch vorne zu schüttern. Also wenn das Licht von oben kommt, dann schaut es aus wie ein Glatzen und hinten muss der Friseur immer ausdünnen. Also Haartransplantation, man kann nur Eigenhaart transplantieren, ist letztlich nur, wir sorgen für mehr Gerechtigkeit, für mehr Verteilungsgerechtigkeit. So wie die LKK in Graz. Kosten tut das Ganze ab 5.000 Euro. Wie gesagt, in der Türkei wesentlich günstiger. Dauern, je nachdem, also hängt es von der Fläche natürlich ab, vier bis acht Stunden, größenordnungsmäßig. Wenn es noch ein größeres Areal ist, dann kann man es auch vielleicht auf zweimal machen. Muss man sich immer anschauen, wie viel Spenderhaar vorhanden ist. Also wenn der Erwin Bröll den Haarwuchstum vom Karl haben möchte, wird es nicht gehen. Also es ist dann keine Frage der Finanzen, sondern es ist einfach nicht genug da zum Umverteilen. Aber wenn genug zum Umverteilen da ist, dann, wie gesagt, ich wäre ein idealer Kandidat. Also kommt es fest zu mir, lasst es operieren, dann kann ich mir es einmal bei mir selber auch leisten. Hinten entnehmen, vorne einsetzen, dann Geduld, ein halbes, dreiviertel Jahr und dann wächst es wieder. Das Risiko ist sehr gering. Es kann aber ein bisschen wie Wimmerl geben oder so, aber im Grunde genommen kann nicht viel passieren. Absolute Klassiker, die häufigste Operation, die wir machen, das wir, glaube ich, der Oliver auch im Photoshop demonstrieren. Das ist die Augenlidstraffung. Ich habe das auf Englisch gefoliert, aber es sind vielleicht englische Zuschauer, weiß nicht, wie viele. Die meisten sind deutsch, glaube ich, weil es oft ist so, dass sie es auf Englisch wollen. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut nachvollziehbar. Das ist eine Korrektur der Augenlider. Das ist etwas, was sehr oft auch die Krankenkasse übernimmt. Wenn man es privat zahlen muss, dann kostet es so 2.000 Euro, plus das, was die Krankenkasse dazu zahlt. Dauert ungefähr 40 Minuten für beide Seiten. Risiko ist äußerst gering und das macht fürs Ausschauen sehr, sehr viel aus. Oft werden auch die Unterlider korrigiert. Das sind so Tränensäcke, außer es ist ein Markenzeichen. Also Richard Lugner wäre ein typischer Kandidat, aber da gehört es als Markenzeichen irgendwie dazu. Dann, was ganz häufig ist, die Faltenkorrektur. Das wird, glaube ich, auch der Oliver vorführen, wenn man Falten auf der Stirn entfernt. Und das geht relativ problemlos. Ist eigentlich eine Faltenvorbeugung, wenn man tiefe Falten hat. Die bringt man mit Botox nicht weg oder Botulinumtoxin. Botox ist eigentlich der Markenname. Das entspannt die Muskulatur. Also es unterspritzt nicht die Falten, die werden nicht aufgefüllt. Es wird nur die Muskulatur, die für das Stirnrunzeln verantwortlich ist, wird eingebremst. Das fängt ungefähr ab 30, Mitte 30 fängt das an, dass man ein bisschen anstrengend schaut. Da spannt man ein bisschen die Stirnmuskulatur an und davon kriegt man dann die Stirnfalten. Und dazu kommt noch, dass viele Leute ab 30 ein bisschen ein Schlupflit kriegen und davon aber nichts bemerken. Also wenn das Oberlid ein bisschen schlaffiert, merkt man nichts davon, weil der Körper unbewusst, also fast reflexartig, durch anspannender Stirn, durch Stirnrunzeln, durch Augenbrau erheben, dieses beginnende Schlupflit wieder ausgleicht. Da merkt man vom Schlupflit nichts, aber man merkt irgendwann, dass das plötzlich Falten kommen. Oder da, je nachdem wo halt, also Stirn, Zornesfalte oder bei der Seite der Augen. Das kann man sehr, sehr elegant, wenn es beginnt mit diesem Botulinumtoxin, also Botox vorbeugen. Dauert ein, zwei Minuten das zu machen, ein bisschen kühlen, spritzen, tut nicht weh. Ich habe jetzt mittlerweile so ein Gesichtsmassagestab dabei, das spürt man wirklich gar nichts, man selber mal ausprobiert, nur vom Spiegel ist das schwierig. Aber das spürt man wirklich, den Nadelstupfer fast überhaupt nicht. Das kann einmal einen blauen Fleck geben. Also so minimales Risiko. Die Kosten bleiben im Rahmen, kostet 300 Euro pauschal das Gesamte und ist eine sehr, sehr gute Faltenvorbeugung. Was man auch oft macht, ist das Plasma, Plattletritsch Plasma. Da wird also mit Eigenblut praktisch die Haut aufgefrischt. Das ist kein Facelift, aber das ist einfach eine Hautauffrischung, das eine schöne, gesunde, frische Haut macht. So oft den Patienten fährt es sonst mehr auf Urlaub, hat es den gleichen Effekt. Ungefähr die gleichen Kosten, ein paar hundert Euro. Für Akne ist es auch wunderbar, mit der Niedling Roller kombiniert, Plasma spritzen, kriegt man wunderschöne Haut. Wird der Oliver vielleicht auf Photoshop auch vorführen. Das ist im Prinzip ein Weichzeichner oder Korrektur von der Haut einfach. Unebenheiten bevor, Redusche. Also Basic Redusche ist das im Prinzip. Lippenvergrößern, so kostet es bei 250 Euro. Filler für tiefe Falten wird oft nachgefragt, funktioniert eigentlich gar nicht. Also wenn da wirklich das Gewebe hängt, ist mit vieler eigentlich nur ausgeschmissen das Geld. Das ist ein Beispiel, was man konkret machen kann. Den Patienten dafür herzeigen, das Problem, die meisten Patienten wollen nicht sichtbar sein, weil sie halt anonym den dafür herzeigen. Und das ist ganz ein gutes Beispiel. Ich betone wiederum, an der Stelle, ich wiederhole mich, ohne Photoshop. Also Photoshop kommt dann vom Oliver und vielleicht kann der Oliver dann das Foto einmal live Photoshop nicht mal sehen, wie das geht. Da haben wir mehrere Dinge gemacht. Ich habe zum einen ein Vampirlifting gemacht, um die Haut aufzufrischen. Das ist wirklich nur ein minimaler Teil des Effektes. Dann haben wir an der Stirne Botulinumtoxin appliziert. Ihr merkt, die Falten sind auf dem rechten Bild zwar noch da, aber wesentlich weniger. Also das ist das, was man realistisch erreichen kann. Also man kann es nicht wegzaubern. Mit Photoshop wenn man noch einmal drüber fällt, kann man es ganz wegbringen. Das, was da ist, ist ohne Photoshop realistisch zu kriegen, also die Falten deutlich zu reduzieren. Patient ist so Mitte 60. Und dann, was am meisten Unterschied macht, das wird glaube ich auch der Oliver vorführen, das sind die Augenlider. Die Oberlider und in dem Fall aber auch die Unterlider mitmacht. Also das ist etwas, ist ganz wichtig, psychologisch und ganz interessant, wenn man die Augenbraue ändern würde. Das kann man auch machen, wird auch oft nachgefragt. Die Augenbraue, das laterale Drittel, das äußere Drittel der Augenbraue heben, das ist ein bisschen ein Modetrend, eine Brauenhebung, da schaut man völlig anders aus. Ob besser oder vorteilhaft oder nicht, das ist jetzt Geschmackssache, aber man schaut anders aus, völlig verändert. Du genügt ein Millimeter bei der Augenbraue, das könntest du mit einer Simulation einmal probieren. Ein Millimeter genügt und ihr seid völlig verändert bei der Augenbraue. Bei den Augenlidern, witzigerweise, ist das überhaupt nicht der Fall, dass man da schaut, wenn man die Schlupflieder korrigiert, man wirkt überhaupt nicht verändert, man wirkt nur munterer, irgendwie erholter, frischer, fröhlicher, aber nicht verändert. Und die Unterlieder haben wir auch ein bisschen korrigiert. Also ihr merkt, das ist überschaubarer Aufwand, wenig Risiko und man schaut einfach irgendwie munterer aus. Dieses Vampirlifting oder Plasma-Lifting, der reine Bucher in Mödling hat man eher aus Kärnten stammender, Karikaturist, ich glaube, ihr werdet es ihn wahrscheinlich kennen, oder der hat dafür ein Segelbuch illustriert, ein genialer, wirklich sensationeller Karikaturist, der hat mir diese Karikatur angefertigt. Also dieses Vampirlifting oder in den Medien kennt ihr es wahrscheinlich unter der Bezeichnung Kim Kardashian-Lifting. Das ist der Beauty-Trend der Hollywood-Stars, ist nichts anderes, als dass man die Reparaturmechanismen des Körpers ausnutzt. Also wenn ihr irgendeine Wunde habt, eine Schürfwunde oder ihr euch verschneidet oder so, dann habt ihr gemerkt, im Pflaster, dass so eine gelbliche Flüssigkeit kommt, so dieses gelbliche Wundsekret. Das ist das, was der Körper hat, wenn ihr euch verletzt, um das Gewebe zu reparieren. Das ist Plasma. Nur, wenn ihr im Gesicht keine Verletzung habt, hat der Körper keinen Anlass, irgendwas zu reparieren. Und diesen Mechanismus kann man austricksen, indem man das Blut entnimmt, in diese Zentrifuge gibt und dann nach einer Viertelstunde kriegt man eben das, was ihr da in diesen Röhrchen seht, unten ist rot, oben ist gelb, schaut aus wie Olivenöl. Das ist eben das Plasma, das wir abgetrennt haben von eurem Blut und das mit einer extrem dünnen Nadel, so dünn, das sieht man fast nicht, ganz oberflächlich in die Haut gespritzt. Das tut mir kühlen, das tut also praktisch überhaupt nicht weh. Nachher schaut es ein, zwei Stunden aus als wie Geißenstiche, mehr nicht. Und dann kriegt man eine wunderschöne Haut, so dass sich der Vampir, das ist eine super Idee von dem Reini Bucherer, nämlich dass sich der Vampir dann plötzlich im Spiegel sieht, weil ihr wisst, ein Vampir sieht sich nicht im Spiegel. Also seid immer vorsichtig, wenn ihr mit irgendwem unterwegs seid und im Spiegelbild ist der oder diejenige nicht zum Sehen, dann ist es ein Vampir. Also so kann man, das ist die, wie man bei uns auf der Gesichtsgröße eigentlich geheime, dürft ihr es gar nicht sagen, nicht Verschlusssache. Vampire detektieren unter den Patienten bei den Werbehöfen und Vampire erkennt man daran, dass sie kein Spiegelbild haben. Und nach dem Vampirlift aber sieht er sich erstmals im Spiegel. Das ist jetzt das, was man damit erreicht, also die Patientin, da habe ich jetzt einerseits die Haut ein bisschen aufgetunt mit diesem Eigenblutplasma und zusätzlich eine ganz weiche Hyaluronsäure noch in die Haut hinein. Sowas kann man ganz schön machen. Das heute zwar nicht so lange, diese Faltenbehandlung, also in Wirklichkeit würde diese Patientin ein Facelift brauchen. Das war ja doch ein bisschen, hat sie einfach sich nicht drüber getraut noch. Da haben wir gesagt, machen wir halt den Kompromiss, machen wir die Haut frisch und tun wir ein bisschen weiche Hyaluronsäure spritzen. Ihr merkt, die Falten sind noch da, das Gewebe ändert sich nicht nennenswert, aber es ist halt ein bisschen ein bisschen aufgepäppt. Da dasselbe also sonnengeschädigte, schlaffe Haut, das ist eine ältere Patientin und da kann man mit diesem Plasma plus ein bisschen Hyaluronsäure einfach ein bisschen eine Verbesserung erreichen. Niemals eine Verbesserung wie bei einem Facelift, aber doch ein bisschen eine Verbesserung. Dann das ist ein ganz schönes Beispiel, haben wir zwei Linien gemacht, das ist permanent mehr gehabt, dass es misslungen ist, das bringe ich natürlich nicht mehr weg. Aber es ist eine liebe Freundin von mir, links ist das Bild davor, die Haarfarbe, habe ich auch gesagt, kann man überdenken, hat es dann gemacht und ich selber chirurgisch habe die Oberlider korrigiert und in zwei Etappen die Lippen gerichtet. Ich sage das ganz gerne her, ich glaube der Oliver wird das mit Photoshop dann machen, also die Lippen ein bisschen betonen, da haben wir es echt gemacht, aber es ist, wenn man es nicht gesehen hat, immer so die Vorstellung, da kriegt man solche Schlauchbootlippen und das ist aber das, was tatsächlich ist, die Lippen sind ein bisschen betont, also dezent, also das sind keine aufgespritzten Lippen, so wie man sich das vorstellt, und ihr merkt es, der Gesichtsausdruck, wie ich sage, liebe Freundin, ein fröhlicher Mensch, aber irgendwie, allein die Augenlider und die Lippen geben schon im Gesichtsausdruck was aus. Da noch einmal in Großaufnahme die Lippen, also vorher, nachher, man kann die Lippenfarben damit nicht völlig verändern, außer es geht daneben, das wollen wir nicht hoffen, aber dann schaut es schon anders aus, aber negativ, aber ansonsten kann man nur die Lippen, also wie sie es sind, ich zeichne die Kontur, ein bisschen nachher, ein bisschen Volumen und tue den Mundwinkel ganz dezent betonen, also das ist das, was man damit erreichen kann. Die Patientin wollte etwas mehr haben und vor allem das Bild rechts unten, die unteren beiden Bilder, da seht ihr den Unterschied, da ist ganz wichtig, dass man nicht so einen Ducktail, also so einen Entenschnabel macht, sondern dass man wirklich auch schaut, das Volumen gut zu verteilen, damit das einfach eine volle Lippe macht, aber nicht die Lippe ändert. Die Maximalvariante, damit kommen wir schon gegen Ende vom Vortrag, ist natürlich das Facelift. Viele sagen, na, so etwas Großes möchte ich gar nicht, die OP nicht, aber ich misst denke, die ganzen Behandlungen, die werden oft sehr kommerziell für viel Geld angeboten und Hyaluronsäure, dies und jenes, diese Fadenliftings, Threads, wenn man sagt, das sind alles Dinge, die einmal kurze Zeit heute, ein halbes, dreiviertel Jahr halten, ein eher sehr bescheidenes Ergebnis bringen und das ist wirklich, und das meine ich jetzt ganz ernst, weil viele das nämlich falsch einschätzen, in der Werbung für diese Medizinprodukte wird der Eindruck erweckt, dass das Wunder wirken kann, dass das eine OP ersetzen kann und das Problem ist, dass in einer Medizin, die Patienten, dass sie auch nicht wissen, was ist wirklich realistisch, ich meine, in der Werbung Red Bull verleiht Flügel, da weiß jeder, dass er nicht wegfliegen kann, wenn ich jetzt ein Red Bull trinke, kann ich nicht fliegen, muss trotzdem mit dem Auto wegfahren, muss ich sowieso mit einer Kurzparkzone, aber trotz Red Bull kann ich nicht fliegen, das weiß jeder, weiß jeder, dass das nur ein Werbeschmäh ist, aber in der Werbung für Hyaluronsäure, für BDO-Threads und so, da denken die Leute, ich gehe zum Arzt, nachdem es viel Geld kostet, muss es gut sein und dann sind sie enttäuscht und ein Facelift ist das, was man wirklich dauerhaft haltet und in Wirklichkeit von den Risiken her gar nicht mehr ist, als diese sogenannten sanften Behandlungen. Bei so einem Facelift, das fangen wir an bei 7500 Euro nicht meistens, es ist nicht nur das Gesicht, sondern auch der Hals, es gibt ja prominente Beispiele aus der Politik, wo das Gesicht zehn Jahre alt ist, als der Hals, das sollte man als zu tunlichst vermeiden. Ich sage immer, gut gemacht ist es, wenn man nicht erkennt, dass es gemacht ist und typischerweise Gesicht und Hals und dann sind meistens noch die Augenlider, dann sind ein paar Pigmentflecken und andere Patienten hat vielleicht die Augenlider. Es ist immer irgendetwas, aber so zwischen 7500 und 10500 Euro liegen wir da. Ich operiere das auch in Wien, ihr wisst, in Wien kostet es ungefähr das Doppelte, aber ich habe kein Personal, ich mache das mehr als Hobby, ich habe schon bis immer noch an der Uni, mir macht das irgendwie Spaß, ich habe kein Personal und ich bin da relativ schlank mit den Kosten, ich glaube, man soll da auch nicht unethisch teuer werden. Und wie gesagt, operieren du es trotzdem in Wien, also ich operiere das nicht irgendwo in einem Feldlazarett oder so, ich operiere heraus in Wien, am liebsten in einer Privatklinik, Quering und da sind wir trotzdem relativ moderat. Wie kann man sich das vorstellen? Geschnitten wird dort im Ohr entlang und hinterm Ohr und dann wird das jetzt, das ist so effizient wie nichts anderes, da wird die Faszie, das ist so die Unterlage, jetzt ist praktisch die Schicht, die unter der Haut, aber oberhalb der Muskulatur liegt, ist eine sehr sichere Technik, weil die ganzen empfindlichen Strukturen, die Blutgefäße, die Nerven, die Muskeln, das liegt alles eine Etage drunter. Ich sage immer, wenn da ein Teppich liegt, dann habe ich unter dem Teppich einen Rutschschutz und wir spannen nicht den Teppich, sondern wir spannen die Unterlage. Also es schaut zwar ein bisschen komisch aus im ersten Moment, aber es ist eine sehr sichere Methode, weil wir in einer Region arbeiten, wo eigentlich anatomisch nichts passieren kann. Man soll es halt gelernt haben, also nicht selber machen. Und das ist eine bestimmte Stelle, das nennt sich das Maß, also das ist die Faszie und das nähe ich praktisch da unterhalb vom Ohr da drauf und damit ist der Hals gestraft. Und da ist parallel zu dieser tiefen Ausalabialfall die eine Stelle, ihr seht es da links, habe ich mit Filzstift markiert, das wird einfach ein bisschen gerafft, also so wie wenn ich das so zusammenziehe, wird das gerafft und dann wird nur ein bisschen Hautüberschuss entfernt. Also wird nicht die Haut gespannt, weil wenn die Haut gespannt ist, schaut es unnatürlich aus, weil es ist für mich das schlechteste Kompliment, wenn jemand sagt, die ist geliftet. Wenn er sagt, die ist geliftet oder ein Kompliment oder ein Lifting ist aber gut gelungen, dann ist das schon für mich sehr schlecht, also kein Kompliment. Also schön gemacht ist, wenn es eben, und dann da auch, was man auch machen kann, ist das sogenannte Bullhornlifting, wenn er so da Oberlippenfalten sind, dann kann man da oben wie so ein Büffelhorn schneiden und damit das Lippenrot ein bisschen nach außen drehen und die Falten über der Oberlippe wegbringen. Ich sage euch vorher nach, als eine 69-jährige Patientin und wiederum, vorher nachher, ich betone wieder, wäre schon langweilig, aber ohne Photoshop. Photoshop zeigt euch dann der Oliver, das ist das, was man realistisch kriegt. Und das kriegt es nichts mit irgendwelchen Hokus-Pokus und Wundercreme und der dafür viel Geld vielleicht im Internet bestellt, sondern das ist das, was wirklich mit einem Lifting geht. Das ist fünf Tage nach der OP und ich sage das jetzt gar nicht kokett, sondern es ist wirklich so, diese wenigen blauen Flecken sind nicht wegreduschiert, sondern das ist diese Rotlicht-Therapie. Also fünf Tage nach der OP ein bisschen eine blauen Flecken sind da, komplettes Gesichts- und Hals-Lifting oder da, das ist das Bullhorn, das ist jetzt fünf Tage nach der OP, die Nähte sind noch drinnen, die Lippe schön geformt, aber ohne Hyaluronsäure, einfach nur ein bisschen nach oben gezogen. Das ein Patient in zwölf Tagen nach der OP da mal komplettes Facelifting macht, das einfach nicht verändert, aber ein anderer Gesichtsausdruck, aber nicht verändert. Aber bei der Patientin ist bei jemandem anderen ein bisschen misslungen, da hat jemand die Tränensäcke von außen weggeschnitten, was man nicht machen sollte und ein Facelift wollte sie auch haben. Ich sage, ihr merkt so die Falten außenrum, so wie fast wie bei der Panzerknack hat das ausgeschaut, das ist ganz schlimm, man darf da nie schneiden. Jetzt hat jemand da einfach gedacht, die schneit das halt weg. Und ich habe das dann weggelässt und ein Facelift gemacht und das jetzt 13 Tage nach der OP, ist ja auch ein bisschen geschwollen und die Norden muss noch abheilen. Aber man kriegt wirklich ein natürliches Ausschauen, der Hals, das Gesicht, das ist halt etwas, das kostet halt einmal ein Geld und das haltet aber drauf. Man altert dann zwar weiter, also wenn ich das mit 50 mache und dann ausschaube ich mit 40, da schaue ich mit 70 aus wie mit 60. Also man altert zwar weiter, aber das, was man gewonnen hat, ist dauerhaft. Also braucht es jetzt zweimal im Jahr wieder irgendwas drauf spritzen. Das ist der Grund, warum die Leute so wenig blaue Flecken haben und so wenig Schmerzmittel brauchen. Einfach dieses pulsierende Rotlicht, das einfach die Schwellung, den Schmerz nimmt. Genau, da geht es schneller drüber. Da haben wir seriöse Studien gemacht, wo wir wirklich nachgewiesen haben, das überspringen wir, dass die Sache nicht nur esoterisch ist, sondern wirklich einen messbaren, nachweisbaren Effekt. Also danke für die Aufmerksamkeit. Die Ordination ist in Kärnten, operiert wird in Wien. Und jetzt geht es weiter. Also, ich werde jetzt mal geschwind die Spielschirmfreigabe beenden. Lieber Kurt, vielen Dank für den sehr imposanten Vortrag. Der Oliver, du bist wieder herinnen, Oliver, oder? Ja, bin wieder da. Weil ich habe nämlich auch so eine komische Meldung. Sie wurden abgemeldet. Ich will meinen Rechner gar nicht zu viel angreifen. Wenn ihr dann noch Fragen habt, bitte in den Chat schreiben. Die können wir dann gerne an den Kurt weiterleiten. Und Oliver, ich würde dich einmal bitten, dass du jetzt übernimmst. Okay, ja. Also ich gebe euch jetzt... Ah, du musst mir noch das freigeben, dass ich den Bildschirm freigebe. Warte, das mache ich gleich. Warte, Oliver, du kannst das ruhig in aller Ruhe machen, wie du es geplant hast. Bitte. So. Seht ihr meinen Bildschirm? Sehen wir, Oliver. Ja. Okay. Ja, also Kurt, wir haben ja vorher schon ein paar Mal telefoniert und haben uns da ein bisschen abgesprochen. Und der Wunsch von Kurt war halt, dass man sagt, wie entfernt man zum Beispiel ein Doppelkin mit Photoshop? recht simpel und einfach. Und da habe ich dieses Foto gefunden im Internet. Und ihr seht ja, das Doppelkin ist da recht markant. Und ganz einfach geht es, indem man sagt, das, was auffällt, ist ja dieser helle Teil da, der das Doppelkin so betont. Und wenn ich jetzt diesen hellen Teil, ich tue das jetzt nur kurz auswählen, wenn ich diesen hellen Teil da jetzt auswähle, so, ist ausgewählt, und diesen hellen Teil jetzt nur einfach obdunkel, dann wird der nicht mehr so sichtbar, weil dann ist alles, was dünkel ist, fällt nicht mehr so auf, schaut, und schon wird das Doppelkin weniger. Also wir haben es jetzt nicht chirurgisch entfernt, nämlich wir haben es nur einfach ein bisschen abgedunkelt, und schon fällt es nicht mehr so auf, das Doppelkin. Das wäre die eine Variante. Und wenn man sagt, man ist jetzt mehr motiviert als Photoshop und möchte das jetzt wirklich verkleinern oder reduzieren, das Doppelkin, dann geht der Weg nur über den verflüssigen Filter. Und beim verflüssigen Filter, da gibt es eine ganz tolle Schrumpffunktion, also das heißt, ich wähle diese Funktion einmal aus, das ist dieses Werkzeug, und kann jetzt einmal hier da das Ganze ein bisschen vom Volumen her schrumpfen, so ungefähr, ja, ich bestätige das Ganze. Jetzt hat sich natürlich sein komplettes Gesicht verändert. Das wollen wir ja nicht, das heißt, ich lege mir jetzt da eine schwarze Maske an und werde jetzt nur den Teil da, wo das Doppelkin zu viel ist, ausblenden. Wenn man auf 100% Deckkraft, weißer Pinsel, jawohl, und blenden das Ganze jetzt da aus und ihr seht's, ja, also so kann man ein Doppelkin verkleinern. Ja, was ich noch vorbereitet habe, ist das typische Problem, wenn man sagt, ja, man kriegt halt ab einem gewissen Alter, Fältchen da rund um die Augen, man sieht das da, das ist das Bild, das original aus der Kamera gekommen ist und man sieht, hey, da hat die Dame ein paar Falten und wenn man sagt, das möchte man jetzt entfernen, dann ist einmal ganz einfache Methode, ich lege mir da eine leere, nein, ja, leere Ebene an, nehm den Kopierstempel, definiere jetzt da in dem Hautteil die Quelle und kopiere da einmal richtig drüber und alle Falten sind weg. Das schaut jetzt natürlich nicht sehr, das Ergebnis halt nicht sehr natürlich aus, weil plötzlich hat sich da unter den Augen eine Haut wie eine 14-Jährige, aber jetzt haben wir bis jetzt nur den Kopierstempel einmal angewandt und da gibt es jetzt eine ganz tolle Funktion, im Menü bearbeiten, die nennt sich verblassen, Kopierstempel. Jetzt ist dieser Effekt zu 100%, aber jetzt kann ich, ich schiebe das nur ein bisschen zurecht, jetzt kann ich diesen Effekt reduzieren mit diesem Regler. Wenn ich jetzt auf 0% gehe, sind die Falten wieder da und wenn ich langsam den Regler ziehe, verschwinden sie ein bisschen und dann würde ich sagen, so bei 40%, wenn ich das verblasst habe, ist das Ergebnis noch einigermaßen natürlich. Schauen wir mal vorher, nachher deutlich natürlicher. Ja, jetzt machen wir das natürlich auf der anderen Seite auch noch, ich nehme mir noch einmal eine leere Ebene an, nehmen wir wieder den Kopierstempel, definiere hier unten wieder die Quelle, einmal kurz da drüber, jetzt ist es natürlich komplett glatt gebügelt, jetzt im Menü verblassen, auswählen und da den ganzen Effekt wieder ein bisschen reduzieren, dass sie ganz dezent wieder durchkommen, die Falten, ja und wenn wir jetzt diese beiden Ebenen in eine Gruppe geben und diese Gruppe ein ausschalten, dann sieht es jetzt eh, ruckzuck ist die Dame um zehn Jahre jünger und sie wird dann sagen, hast du mich toll fotografiert und kein Mensch wird es auffallen, dass man da retuschiert hat und so wie beim Kollegen Schicho ist es bei mir genauso, wenn jemand sagt, Mann hast du da toll retuschiert, dann ist das für mich kein Kompliment, sondern weil da sieht man, dass etwas gemacht wurde. Ja, was man bei Frauen noch machen sollte, ist auch die Frisur ein bisschen glätten und sauberer gestalten, also man sieht es eh, da sind ein paar Härchen, also da wende wieder den verflüssigen Filter an und sagt dann einfach mit dem normalen verschiedenen Werkzeug, da wir jetzt die Frisur noch ein bisschen gerade richten, also das heißt, da diesen Wirbel, den sie da oben hat, den wir ein bisschen nach unten biegen, da machen wir ja ein bisschen mehr Volumen, Frauen lieben Volumen und dann da auch noch ein bisschen mehr Volumen, da dieses Eckl dann mal ein bisschen näher ran, da hat sie auch noch so und erst im Vorher-Nachher-Vergleich seht ihr, was jetzt dieser kleine Effekt ausmacht, also ich sage euch jetzt vorher-Nachher, schaut mal, und plötzlich ist die Frisur wunderschön. Ja, und dann habe ich noch vorbereitet ein finales Bild von mir, also so habe ich dieses Bild dann veröffentlicht, ihr seht eh hier die ganzen Bearbeitungsebenen und das möchte ich jetzt nur mal ganz kurz zeigen, die einzelnen Schritte, ich mache das Bild noch eine Spur größer und zoome noch ein bisschen ran, weil es geht hauptsächlich ums Gesicht, so, zoomen wir noch ein bisschen ran, jawohl, so ungefähr, ja, jetzt zeige ich einmal das Bild, wie es aus der Kamera gekommen ist, sie hat da ein paar Hautunreinheiten, zuerst einmal die Rohkonvertierung, dann habe ich die Haut einmal da, diese paar Unreinheiten entfernt, dann habe ich mit lokalem Aufhellen und Abdunkeln diese ein bisschen ausgeglichen, ihr seht es eh, also da ist nicht mit den Kopierstempeln gearbeitet, sondern das was dunkel war, habe ich ein bisschen aufkehlt und das was hell war, habe ich ein bisschen abdunkel und schon ist das Hautbild viel harmonischer, aber die Hautstruktur noch immer dieselbe und das ist das Entscheidende, also das heißt, viele bearbeiten Haut, ihr seht es eh, da sind noch die Flecken und wenn man dann da mit dem Kopierstempel oder anderen Werkzeugen oder Filtern drüber fährt, dann verändert man die Hautstruktur, weil ihr seht es eh, da an der Nase ist sie anders wie hier, Haut ist eigentlich ein sehr sensibles Organ und daher sollte man diese Flecken durch lokales abhellen und abdunkeln behandeln. Dann habe ich die Sättigung der Haut noch ein bisschen angeglichen, den Farbton noch ein bisschen und dann geht schon mal dass man sagt jetzt bringen wir ein bisschen mehr Punch in das Porträt, also das heißt ihr seht ich habe da dann in der Mitte vom Gesicht noch ein bisschen aufgehellt, dann haben wir den Hintergrund noch ein bisschen verschönert, Moment, das war jetzt ein Blödsinn, so, den Hintergrund und jetzt kommen wir schon zu vorn, also ich habe hier da wieder ein bisschen Volumen gemacht, ich habe hier unten im Kinn habe sie eine Spur schneller gestaltet, und schon seht ihr das wie das ganz toll wirkt, ja und dann da noch ein bisschen bei den Augen und jetzt final den Look, also den Look ihr seht eh ein bisschen kühler und dann fertig war das Porträt, aber am meisten haben wir da bewirkt bei der Form, also ihr seht sie hat ein sehr hohes Stirn, breites Kinn und da nur ganz wenig korrigiert, auch da die Schulter noch ein bisschen korrigiert und schon ist das Porträt einigermaßen toll retuschiert, ja und zum Finale möchte ich euch noch was zeigen, es taucht ja immer die Frage auf, was ist denn alles möglich in Photoshop und meine Standardantwort ist immer, es ist alles möglich, alles was man sich vorstellen kann, ist möglich in Photoshop, man muss nur dementsprechend das Know-how und Erfahrung haben und dann natürlich auch die Ausdauer das Ganze umzusetzen und das ist jetzt ein Bild von einer jungen Dame, die habe ich fotografiert, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, im Studio ist dieses Porträt entstanden, diese Dame arbeitet bei einem Fernsehsender und schneidet in der Nacht immer die ganzen Filme, die dann am nächsten Tag ausgestrahlt werden und nach seiner Nachtschicht ist sie dann zu mir ins Fotostudio gekommen, weil sie hat nur zu dem Zeitpunkt Zeit gehabt und wir haben die Fotosession durchgeführt, wir haben natürlich andere Bilder auch noch gemacht, ganz Körper, unterschiedliche Outfits, Visagistin war da, die hat auch die Frisur gemacht und jetzt zeige ich euch das erste Bild, wie es aus der Kamera gekommen ist. Also das ist das finale Bild und so ist sie recht müde ins Studio gekommen und das ist dann noch der Retouche entstanden und so sieht sie ja dann auch wirklich aus. Ihr seht was alles mit Photoshop möglich ist und jetzt schalte ich wieder von der Außenzentrale in Karlsruhe zurück ins Fotokafé nach Wien. Karl, bitte Hallo Karl, wir hören dich nicht. Hallo Karl, wir hören dich nicht. Stamm geschaut. Also jetzt war die Frage, was kostet mehr OB oder Photoshop? Achso, naja, also der Kollege Schicho, der macht natürlich das am lebendigen Körper. Bei mir kann ja nichts schief gehen, weil wenn der Kunde Beschwerden hat, ich baue das immer schön in einzelne Ebenen auf, dann wird halt noch ein bisschen nachgearbeitet und als Chirurg, ich bin absolut allein, war selber sehr beeindruckt von dieser Präsentation, also das würde ich mir vorstellen, das kostet natürlich mehr am Markt, aber dafür ist auch die Leistung eine ganz andere. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr jetzt einmal gerne in den Chat reinschreiben. Das wäre interessant, Karl, was der Kollege Schicho zu meiner Photoshop-Arbeit sagt. Also Herz gerade mit Gewalt, da kannst du einmal kurz auf die Kamera tippen, kannst du mal kurz auf die Kamera tippen, auf die zweite, also der Kurz sagt, diese ganze Ausrüstung kostet auch nicht recht viel mehr, weil man kann es länger verwenden. Wir sind ja Fotografen und keine Chirurgen. Aber ich glaube, es war sehr, sehr interessant, einmal aus der Perspektive zu sehen und einmal ganz was anderes. Jetzt geht die Saalkamera auch wieder. Wir haben jetzt noch ein Gleitere. Also da gebe ich dem Kollegen Schicho vollkommen recht. Also da sind wir wirklich gleich. Wenn es jemand auffällt, dann ist es, das hat er gesagt, für ihn kein schönes Kompliment, sondern, und das ist auch bei mir ganz genauso. Wenn jemand sagt, wie wunderschön fotografiert, dann habe ich eine gute Retusche geleistet und wenn es jemand auffällt, dann war es zu viel des Gute. Das sagt man eh, jede Technik, die man sieht, ist schlecht. Man muss immer ein bisschen davor aufhören. Was mich sehr fasziniert hat, ist Punkt Augenbrauen. Oliver, hast du das bei deiner Technik oft angewandt, du den Augenbrauen etwas änderst? Das kann ich noch zeigen. Moment, ich schalte auf einen Bildschirm. Das kann ich noch zeigen, dass ihr selber seht, was das auswirkt. Ich gehe auf das Originalbild von der Dame zurück. Das ist das Original Bild. Ich mache nur schnell eine einzelne Ebene. Wir gehen jetzt noch in den verflüssigen Filter und machen diese Augenbrauen Korrektur. Ihr werdet sehen, wie das wirklich interessant ausschaut. Das heißt, wir heben jetzt da die Augenbrauen ein bisschen. Das ein bisschen anheben und wir heben es da ein bisschen. Was mir noch auffällt, das ist bei jedem Menschen. Ihr rechtes Auge ist eine Spur größer als Ihr linkes Auge. Und Schönheit oder der Mensch empfindet Schönheit, wenn Symmetrie herrscht. Daher werden wir jetzt Ihr linkes Auge auch noch ein bisschen anpassen von der Größe her dem rechten Auge. Und jetzt vergleicht es. Das ist jetzt das, was wir gemacht haben. Ich mache es jetzt ein bisschen größer. so. Schalt mal rein, dass ihr es wirklich seht. Achtung! Das ist jetzt nachher, das war vorher. Oliver, wie schaut es mit Jochbein aus? Magst du manchmal Jochbein oder Unterkiefer, dass es prominenter wird? Ja, aber das kann ich auch noch machen bei der Dame. Und zwar macht man das jetzt in der Retusche nicht mit den Verformern und sagt, verflüssigen Filter wendet man überall, sondern ich wende Dodge and Burn an. Ich mache das nur kurz die Vorbereitung und zwar alleine wenn man Teile die jetzt heller sind jetzt mache ich das da am Jochbein in dem Gesicht entsteht die Illusion dass da die Erhebung größer ist. Ich mache das jetzt da ein bisschen heller und ich mache es jetzt damit man es wirklich gut sieht und markant mache ich es jetzt da rundherum ein bisschen dunkler und das heißt da mache es das machen ja die Damen auch teilweise mit dem Make-up und jetzt gebe die zwei in eine Gruppe und nur dass ihr seht Jochbein Achtung vorher nachher wie das jetzt und ich habe nur das Licht ein bisschen verändert keine Form Oliver da habe ich noch kurz eine Frage an den Kurt das war immer interessant aus medizinischer Sicht weil wahrscheinlich manche von die Photoshop Techniken sind falsch was man so sieht weil die Leute ja dann falsch retuschieren weil sie keine Ahnung von Anatomie haben ist da oft was aufgefallen hört sie im Internet den Kurt der Kurt kommt zu mir dann hört man besser ganz interessant was du machst die Überlegungen sind identisch also du hast ein Werkzeug hast wo du alles möglich was du jetzt gezeigt hast machst aber die voraussetzung ist dass du weißt was du machen möchtest du hebst die Augenbraue du machst irgendein Schatten oder Licht oder so wir machen das oft beim Auge zum Beispiel wenn ein Tränenrinne ist nur der Schatten der entsteht und wenn man es dann auffüllt und kann Schatten entstehen aber das muss man zuerst sehen also es gehört genauso wie bei dir genau das gleiche was du machst also es gehört irrsinnig viel Erfahrung dazu zum einen muss man die Werkzeuge bedienen können dann gehört viel Erfahrung wie weit kann ich den Menschen verändern und was muss ich verändern man muss die Probleme wahrnehmen und das merke ich immer bei mir sind ja einige Fotografen im permanenten Coaching die können alle eine Kamera bedienen die können alle Licht setzen aber es fehlt an Erfahrung die Problemzonen zu erkennen das ist immer das größte Problem also Oliver die Geburtstagskinder dürfen sich immer was wünschen ich würde mir wünschen dass wir in Zukunft mehr Männer photoshoppen die Frauen sind überproportional oft vertreten also ich habe heute einen Mann dabei ja einen und neun Frauen nein das wäre nicht an dich persönlich gerichtet sondern generell würde ich sagen das wäre nett wenn wir da ein bisschen mehr Männer reinbringen die sind genauso eitel entstellt und retuschiert genau vielleicht diese Geschichte mit prominent mit Kiefer und so weiter das wäre mal vielleicht was für die nächsten Sendungen gut wir müssen eine kleine Überraschung vorbereitet ich werde das mal kurz auf die Kamera im Raum schalten und würde mal den Walter bitten öfters du mal unsere Box wir haben nämlich jetzt im Rahmen des Online Fotokurses neue Hoodies produzieren lassen wir haben diese feschen Weinroten der Oliver hat schon im Postkasten in Salzburg die sind leider nicht rechtzeitig angekommen und sagen wir einfach den ersten Namen Walter und dann werde wer steht denn da drauf ja dann gleich mal zum Konrad ein kleines Dankeschön auch für deine Mitarbeit die Saalkamera genau das Martin und Monika ich hoffe sie passen so du Karl du musst dir noch deinen Assistenten heute vorstellen ja das ist der Walter ja der Walter kriegt noch ein Packerl genau die Bettina bringst du mal bitte und die kriegt der Franz lieber Franz deiner liegt nur im Büro den habe ich jetzt vergessen aber die Bettina hat nämlich designed und der flotte Herr der das Wetter austeilt die Hulis ist der Walter der sozusagen unser Trainer ist für Ziesel und auch viele Dinge also eh sehr sehr wertvoller einen neuen Workshop gibt es ja mit Licht oder wie heißt das genau es gibt einen neuen Workshop mit Licht malen ich will gar nicht zum Schluss mit Werbung beginnen ein kleiner Hinweis es gibt jetzt eine Fotoreise nach Portugal zusätzlich vom 21. 5. bis 28. 5. Da gibt es noch drei Plätze frei ansonsten würde ich mal sagen vielen herzlichen Dank fürs dabei sein und ich freue mich schon wenn wir in drei Wochen die nächste Sendung wieder haben wir werden uns wieder ein interessantes Programm überlegen vielen Dank ich wünsche einen schönen abend ein k an k Vielen Dank.